Wie sicherst du deine Seed Phrase ab? Es sind nur 12 oder 24 Wörter, aber diese Wörter sind die größte Versicherung deiner Vermögenswerte. Daher sollte man der Aufbewahrung seiner Seed Phrase genügend Beachtung schenken. Es ist sehr ärgerlich, wenn man sich erst dann seine Gedanken macht, wenn vielleicht schon das Hardware Wallet beschädigt wurde oder verloren ging. Also worauf sicherst du deine Wörter? Du hast sie sauber auf das mitgelieferte Papier deines Ledgers notiert? Das ist sicher schon mal nicht schlecht. Aber was passiert mit deinem Papier, wenn es nass wird oder einem Feuer zum Opfer fällt? Wie lange hält die Tinte deiner Schrift auf dem Papier? Hast du vielleicht Haustiere oder Kinder? Dann hoffen wir, dass du dein Papier gut aufbewahrt hast, dass es von ihnen nicht beschädigt wird. All diese Punkte können dir zum Verhängnis werden. Doch was ist die Alternative? Eine sichere Alternative bieten sogenannte Steel Wallets. Dies sind Metalplatten, auf denen man seine Seed Phrase, die Wörter also und auch seinen Pin sichern kann. Es gibt eine Reihe guter Steel Wallets am Markt. Jedoch sind diese entweder relativ teuer oder sie sind etwas umständlich in der Anwendung. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, haben wir die The Golden Seed Steel Wallet geschaffen. Lass uns vorstellen die The Golden Seed, unsere brandneue Steel Wallet, die auch dich begeistern wird. Unsere innovative Lösung haben wir speziell für Enthusiasten wie dich entwickelt, die ihre Investitionen sicher und stilvoll schützen möchten. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen ihre Private Keys selber verwahren und das für die Ewigkeit. Mit der The Golden Seed erhältst du nicht nur eine hochwertige und professionell aussehende Gravur für bis zu 50 Wörter und zwei Pin-Codes, sondern auch eine einmalige Eleganz mit Gold-Optik. Dieses Seed Storage Produkt ist ein Must-Have für jeden, der nicht nur Wert auf Sicherheit und Funktionalität legt, sondern auch auf stilvolles Design und beste Qualität zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Ergänze dein Setup und sichere deine privaten Schlüssel mit der Golden Seed. Dank der Buchstabenschablonentechnik ist das Gravieren deiner Recovery Seed kinderleicht und sieht immer professionell aus. Unsere Golden Seed ist nicht nur elegant in ihrer Gold-Optik, sondern auch aus hochwertigem Material gefertigt. Wir setzen auf erstklassigen Edelstahl, der gegenüber anderen Metallen hervorragende Eigenschaften aufweist. Rostfrei, korrosionsbeständig, stoßfest und sogar hitzeresistent bis zu 1450 Grad. So bleiben deine Wörter sicher, selbst im Falle eines Hausbrandes, einer Überschwemmung oder eines extremen Schocks. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl und der goldenen Optik verleiht der Golden Seed ihren unglaublichen Charme und Wert. Die Golden Seed hebt sich von anderen Seed-Storage-Produkten ab und wird dich mit ihrer einzigartigen ästhetischen Ausstrahlung sofort beeindrucken. Aber auch die Funktionalität kann sich sehen lassen. Mit den zwei Karten in unserem Set bekommst du viele Optionen. Du kannst sie nutzen, um zwei Seed-Phrases zu sichern. Oder du kannst die Hälfte deiner Seed-Wörter auf jede Karte gravieren und sie getrennt aufbewahren, was Diebstahl fast unmöglich macht. Durch die zwei zusätzlichen Löcher in den Karts ergeben sich eine Vielzahl von einfallsreichen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Schraube die Golden Seed einfach unter eine Tischplatte oder an einen Balken im Dachgeschoss. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Unser All-in-One-Kit und auch die Pro Edition enthält alles, was du brauchst, um deinen Recovery Seed sicher aufzubewahren. Jede Bestellung wird in einer dünnen, edlen Dose geliefert, die auch für die weitere Aufbewahrung sehr nützlich sein kann. Sichere jetzt deine digitalen Werte und bestelle noch heute die The Golden Seed, das ultimative Tool zur sicheren Aufbewahrung deiner Seeds. Als Enthusiast ist die Golden Seed ein absolutes Muss. Verpasse nicht die Gelegenheit, deine Investitionen zu schützen und deine Seeds auf stilvolle und sichere Weise zu lagern. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um The Golden Seed zu kaufen. Der Preis? Nur 44,90 Franken. Ja, du hast richtig gehört. Für weniger als 50 Franken kannst du dir die Sicherheit und Eleganz der Golden Seeds sichern. Du möchtest es noch bequemer und hochwertiger, dann ist unsere brandneue Pro Edition mit elektrischem Gravierer genau das Richtige. Auch die Pro Edition bieten wir zu einem unschlagbaren Preis von nur 69,90 Franken an. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Bestelle jetzt die Golden Seed und sei bereit für eine sichere Zukunft deiner digitalen Werte.